Ey Freunde, schaut mal bitte, was mit meinem Fortnite los ist. Hier stimmt irgendwas nicht. Hier sind total viele Battle-Busse. Oh mein Gott, wie sieht das auf der Karte aus? Hier sind gerade 164 Leute. Und die Battle-Busse kommen immer näher. Ey, was passiert jetzt hier gleich? Die werden gegeneinander kollidieren. Leute, bleibt unbedingt dran. Zieht euch das Ganze hier rein. Was ist das Krankes? Achtung, es wird jetzt gleich passieren. Und? Oh mein Gott, was ist das? Hey, und jetzt gehen wieder alle auseinander? Wo sind die ganzen Gegner hin? Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und checkt meine anderen Short-Videos ab. Und ich gucke jetzt mal, was hier noch so geht.